Deutsche Lande, Deutsche Kunst war eine im Deutschen Kunstverlag erschienene Buchreihe. Allgemeines die Buchreihe wurde 1925 von Burkhard Mayer, dem damaligen Geschäftsführer des Deutschen Kunstverlages, begründet. Sie entstand durch die Zusammenlegung der beiden Reihentitel Deutsche Lande und Deutsche Kunst. In den einzelnen Bänden wurden die Bau- und Kunstwerke bedeutender Städte und Landschaften des früheren Heiligen Römischen Reiches und des Deutschordensstaates vorgestellt. Daneben erschienen allerdings auch die beiden Künstler-Monografien über Tillmann Riemenschneider und Veit Stoß. Die Texte stammten aus der Feder so namhafter Kunsthistoriker wie Ernst von Nibelschütz oder Wilhelm Pinder. Den Band über Potsdam verfasste der Herausgeber selbst. Die Auflage lag in der Regel bei 5000 Exemplaren. Etliche Titel wurden mit finanzieller Unterstützung der jeweiligen Stadt herausgegeben, da sie der fremden Verkehrswerbung dienten. In den Büchern wird darauf mehr oder weniger deutlich hingewiesen. Gestaltung Die Bände im Format 25, 5 pro 18, 0 cm waren in der Regel in zwei Varianten erhältlich. Neben der in ganz Leinen gebundenen Ausgabe war oft auch eine Broschierte erhältlich. Letztere war ein wenig günstiger. So kostete die Leinen-Ausgabe von Maulbronn 1938 3 Reichsmark die Broschierte nur 2 Reichsmark. Für die fest eingebundenen Bände verwendete man zumeist schwarzes Leinen, vereinzelt kamen aber auch Ausgaben heraus, die in rotes oder blaues Leinen eingeschlagen waren. Alle Ausgaben waren mit einem illustrierten Schutzumschlag versehen. Zur Standardausstattung gehörte, neben einem einleitenden Text, der in der Regel mit Stichen und Grundrissen angereichert war, ein umfangreicher Tafelteil mit schwarz-weißen Abbildungen, die in der Anfangszeit vor allem aus den reichen Beständen der ehemaligen Messbildanstalt stammten. Es wurden aber auch Fotografen wie Walter Hege und Albert Rengerpatsch mit der Illustration der Bände beauftragt. Die Texte wurden zwischen 1926 und 1929 in der Theman-Mediaville gesetzt, die dann durch die Futura abgelöst wurde. Gegen Ende der 30er Jahre wurden allerdings auch mehrere Bände in Frakturschrift herausgegeben. Ab Ende der 1920er Jahre wurde durchgehend Kunstdruck Papier verwendet. Die Reihe nach dem Zweiten Weltkrieg Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Reihe in der bewährten Form fortgeführt. Die Gestaltung der Bücher änderte sich zunächst nicht, jedoch fiel der farbige Kopfschnittweg und das Kunstdruck Papierpfand, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur noch für den Tafelteilverwendung. Für die Bebilderung wurden renommierte Lichtbildner beauftragt. Es wurden nicht nur ältere Titel neu aufgelegt, sondern es erschienen zahlreiche neue Bände. Allerdings konnte von einigen besonders stark zerstörten Städten zunächst nur der Vorkriegszustand präsentiert werden. Da der Wiederaufbau zu Beginn der 1950er Jahre längst nicht abgeschlossen war und etliche Bauwerke noch immer in Trümmern lagen, die ehemaligen deutschen Ostgebiete und das Gebiet der neu gegründeten DDR fanden innerhalb der Reihe keinerlei Berücksichtigung mehr. So beschränkte sich der von Hans Reuter verfasste Band über das Land am Harz im Gegensatz zu den Vorgängerausgaben von 1939 und 1941 auf die westlichen, zur Bundesrepublik gehörenden Teile. Die nach 1945 erschienenen Darstellungen über die österreichischen Städte Linz, Krims, Salzburg und Braunau werden zwar offiziell zur Reihe gezählt. In den Büchern selbst findet sich aber kein Hinweis darauf. Auch die Künstlermonografien wurden innerhalb der Reihe fortgesetzt. Es erschienen Bände über die Brüder Asam, Bolter Saar-Neumann und Karl Friedrich Schinkel. Die 1970er Jahre – neues Layout. Ab 1972 erhielten die Bände eine neue Optik. Die schwarzen Schutzumschläge wurden von nun an durchgängig mit einem vierfarbigen Foto versehen und der Leineneinband erhielt statt der bisherigen, goldfarbenen Prägung eine weiße. Zudem wurde der Textteil verstärkt mit Farbtafeln versehen, nachdem schon früher Farbreproduktionen auf dem Titelvorsatz einiger Ausgaben zu finden waren. Doch bereits gegen Mitte der 70er Jahre zeichnete sich das allmähliche Ende der Reihe ab. Der Konkurrenzdruck durch die geradezu explosionsartig zunehmende Reproduktion der Farbfotografie war zu groß geworden. Die große Zeit der Fotografik der 1960er Jahre war Geschichte geworden. Das Ende der Reihe 1985 kam mit einer von Irene Markowitz verfassten Monografie über das Schloss Benrath bei Düsseldorf die letzte Neuerscheinung heraus und schon zwei Jahre später wurde die Reihe mit einer broschierten Sonderausgabe des Titels Berlin in der Geschichte seiner Bauten zum 750-jährigen Jubiläum der Stadt endgültig eingestellt. Insgesamt waren mehr als 150 Bände erschienen, die sich zeitweise großer Beliebtheit erfreuten und zum Teil mehrfach aufgelegt wurden. Sonstiges Ab 1954 gab der Verlag unter dem Titel Westfälische Kunst eine weitere Reihe heraus, deren Bände eine über eine ähnliche Ausstattung verfügten. Ausstattung 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 Ausstattung